Wir leben in der Zeit der Energiewende. Energie ist eines der ganz großen Themen unserer Zeit. In der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, dass man mit Eis heizen kann. Und jetzt bieten wir wieder einen alternativen Strom an. Und da bin ich jetzt gespannt, was die Herrschaften hier zu sagen haben. Mit welchem Trendsportgerät kann man auch ein Kraftwerk betreiben? A. Mit einem Surfboard für hohe Wellen, B. Mit einem hochelastischen Bungee-Seil oder C. Mit dem Lenkdrachen zum Kitesurfen. A, B oder C. Mit welchem Trendsportgerät kann man auch ein Kraftwerk betreiben? Und das ist kein Spaß, es funktioniert. Die Tipps sind abgegeben und während wir in den ersten beiden Runden keine richtigen Tipps haben, scheint sich hier doch der gute Gedanke durchzusetzen. Es sind wieder richtige Tipps dabei. Und wer hat sie, Ranga? Ja, ich freue mich, denn ich habe einen ausgewiesenen Experten hier, ein Experiment von der Universität in Delft. Und ich begrüße einen Mann, der sich damit auseinandersetzt. Es geht um Lenkdrachen. Herzlich willkommen, Dr. Roland Schmehl. Herr Schmehl, Lenkdrachen. Also zuerst einmal Drachenfliegen, das ist so einfach, so trivial. Jedes Kind kennt das. Sie kennen das auch. Wenn man das Ganze auf dem Meer macht, dann hat man eine neue Trendsportart, nämlich das Kiting. Also der Lenkdrachen hat eine Menge Zugkraft und treibt in dem Falle das Surfbrett an. Das hat man auch in groß hergestellt, und zwar bei großen Containerschiffen. Und man ist damit in der Lage, 10 Prozent des Treibstoffs einzusparen durch solche großen Lenkdrachen. Aber Sie sagen jetzt, wir können noch mehr, wir können damit Energie machen. Wie geht das? Richtig. Das machen wir mit unserem 25 Quadratmeter Lenkdrachen hier. Das ist so ein Exemplar von unserem Technologiedemonstrator. Der wird geflogen mit dieser Steuereinheit. Die hängt sozusagen unter dem Drachen. Und das Ganze wird dann angeschlossen an einen Generator. Wir haben hier eine Animation. Vielleicht können Sie uns kurz mehr dazu sagen. Richtig. Hier fliegt also unser Drachen. Sie sehen darunter die Steuereinheit. Mit der Steuereinheit kann gelenkt werden. Und das Kabel wird jetzt von der Spule abgezogen. Das ist die Bodenstation. An der Spule selbst ist der Generator befestigt. Und Sie sehen, wir fliegen diese Achter, diese Achtfiguren. Und dabei wird Energie erzeugt. Also das Seil zieht und treibt den Generator an. Aber irgendwann ist der Drachen dann ziemlich weit weg. Richtig. Wenn wir an den Punkt angekommen sind, verringern wir den Anstellwinkel des Drachens. Und dann wird das Ganze wieder runtergezogen. Dazu braucht man etwas Energie, aber lange nicht so viel, wie man produziert hat. Also es gibt so ein Hin und Her und auf die Art und Weise gewinnt man dann Energie. Jetzt konkrete Frage. Wenn ich mir dieses Monster hier anschaue, wie viel Energie kann man denn damit produzieren? Das ist ein 20 Kilowatt System. Das ist noch relativ klein. Also das würde ausreichen für, ich sag mal, drei oder vier Einfamilienhäuser. Ja, schon mehr. Zehn Einfamilienhäuser. Gibt es denn auch eine Vision, das in ganz groß zu machen? Also demnächst, wenn ich nach Holland an die See fahre, dann sehe ich ganz große Drachen. Richtig. Die Idee ist natürlich, dass wir mit so einem System eine Nische entdecken, auch wo wir kommerziell sozusagen Energie erzeugen können, wirtschaftlicher als Windturbinen. Und das ist die Idee, das dann großflächig einzusetzen auch. Es gibt ja ganz viele Windräder. Was ist denn der Vorteil des Drachen? Na, der Vorteil ist, wir können höher fliegen als die Windturbinen. Die Windturbinen heutzutage können bis 200 Meter Höhe operieren. Und wir können natürlich 500 Meter, ein Kilometer, sogar bis 8000 Meter Höhe könnten wir das System operieren. Da herrschen Winde von mehreren hundert Stundenkilometern Geschwindigkeit. Das ist ein ungeheures Energiepotenzial, was man hier zur Verfügung hat. Und die Idee ist natürlich, in der Zukunft dann in diese Höhen vorzustoßen und diesen Wind zur Energieerzeugung zu verwenden. Also auf jeden Fall ein toller, ein innovativer Ansatz. Und solche Ideen brauchen wir, um die Energiewende hinzukriegen. Dr. Schmiel, herzlichen Dank. Dankeschön. Und Frank, für euch eindeutig. Antwort C ist korrekt.